Und hallo, willkommen zu Let's Play Mass Effect! So, ich hab jetzt, wir sind auf Sanktum, ich hab an der Ademoliko geartet. Ja, wir suchen jetzt die müssen mit den Blue Sons. Sie können ja gar nicht mehr machen. Und ich hab auch zwischendurch auch mal nachgeguckt, wo ich jetzt eigentlich glaube ich zu stehengegeben war. Was ich jetzt eigentlich vor hatte. Eigentlich hatte ich vor, hier Jack ihre Mission zu machen, aber naja. Ich kenn mich ja, ich mach immer die Sachen, die noch nicht müssen. Naja, okay. Interessiert mich Jack nicht, aber naja, okay. Ja, und ich hab auch ein bisschen hier Outfit, ein bisschen Schultern und alles. Ich hab auch so ein anderes Visier, was man auch gleich sehen wird. Hier hab ich zwei, hier hab ich zwei, ich könnte hier, ich spare. Wie viel Erfahrung bis nächste Stufe 910? Ahh! So, okay, wie auch immer. So, gut, dann wollen wir mal. Ich krieg die Blue Sons auf, wenn das total nebentechlich ist, aber wenn man... Ja, der Ziel ist doch okay, aber auch genau so gut. Ich hab auch die ganzen Angelegenheit, aber natürlich nicht mehr in die Situation. Was kann ich denn jetzt? Der Rote Apo verpetzt mich. Ich hab schon mal eine riese Pätze. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier hat. Ja, man sieht... Aufpassen! Ach, das ist ja gut schon. Man sieht das jetzt hier in den Usuagen. Wir wurden entdeckt. Oh, man! Ja, das sieht man hier tatsächlich. Ich hab jetzt ganz gut hier in den Usuagen. Und unten bleiben! Da ist das, was war ich... Oh, Mann! Pfeifen! Perfekt! Ah, das ist ein Achtung! Ah, die Zeit! Ah, die Hände! So, wie ist das denn? Das ist gut, ey, was? Da kommst du, ah! Ich hab's noch nie gehört! Oh, ich hab's noch nie gehört! Oh, ich hab's noch nie gehört! Echt? Oh, ich hab's noch nie gehört! Oh, ich hab's noch nie gehört! Oh, ich hab's noch nie gehört! Wie süß! So! Dann hol' wir mal! Also, wie die stöhnt, das ist! Geht mal gar nicht! Meine Güte! Hm! Da sind gradiertes... Da! Ähm, ja! Boah, mein Magenkopf! Lampen! Geht raus und macht sie fertig! Sofort! Sofort! Für Dekker? Tür! Alles klar! Ja, dieses Visier verschwässert Kopfschüsse! Aufgrund von Befürchtungen bezüglich der Sicherheit der Angestellten wird die Brunfeldmine bis auf weiteres geschlossen! Ich sehe den Dekker bleiben! Ich bin schneller als Chaltita was Pops! Ich bin schneller als Chaltita was Pops! Das müsste sie bleiben! Ich bin gerade he- Das wär echt was. Aber... Das wär auch nicht mein Ding. Naja, wie auch immer. Ähm, ja. Tja, der hat's hinter sich. Ähm, ja. Äh, ja, 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 ja. Äh? Äh? Auf den Mund? Manni, Manni. Hier ging die Tür auf. Irgendwann scheint es, dass es hier weitergeht. Darum probier ich erst mal die andere Tür. Ja. Find safe. So, na? So, ein bisschen Ausraum. Das geht doch immer. Ich meine, wir sind arme Schlucker. Wir müssen nur eine Galaxie retten, aber... Wir werden scheiße bezahlt. Das muss man einfach nur sagen. Wir werden scheiße bezahlt. Hä? Ah? Ah. So. Das ist hier. Das war... Das noch. Das ist das letzte. So. 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 Du musst jetzt schrecklich husten. Jetzt hörst du gleich ein Geräusch. Moment. So. So. Und da bin ich wieder. Ja. Gut. Ähm. Wollen wir mal weiter. Oh Mann. So. Das Pissoir. Ich finde den Raum voll lächerlich. Also das soll die Toilette sein. So ein gigantischer Raum. Und hier in der Ecke. In der Mitte. Quasi. Hängt das Pissoir. Ja. Das ist doch früh morgens. Wir haben erst die Winter Zeit. Also ich muss jetzt auch immer least Nachts Speaking denken. Ich hab dem Uhrdo nicht bestellt. Oh. Die haben形 den Kopfweh. So war's. Ja. Ja! Diese eine Typ da. Die anderen haben die am Eli hat eh nicht. squishy. hier rein wassup bitch So, hoch wird er, wenn wir uns vergeben. Lass mich weg. Hey, Licht. Da, hier die Normen. Wenn da was schön ist. Hey, ich glaube, das ist ein Mora. Oh, so großartig wie das. Das ist ein Mora? Weiß ich nicht. Naja, gut. Energiezellen. Was sind die Energiezellen? Ja. Ähm, ja. Eine große Fläche. Muss jetzt was kommen. Nicht kommt hier noch was. Es kommt in Kürze eine große Ladung von der Ausgrabungsstätte rein, Jungs. Schafft die unsortierte Fracht in die Minen, um Platz zu schaffen. Oh, ich geh nicht schon wieder. Ich kann es auch nicht schlafen. Das ist unkontrolliert. Wer immer sie sind, sie schaffen es auf keinen Fall lebend hier raus. Oh, das ist ein Mora. Sie haben uns gesehen. Nein, dafür stecken Sie mich. Was ist das? Oh. Oh. Hey, hey up. Oh! Oh. I have to give you a good one. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. What? Oh, okay. Oh. So, we can do that. Oh, no. No. It is a hard attack. It'll be a hard attack. Das war's für mich. ja 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 hier Krass, kratz. Oh, Kampffeiter. Können wir die mitnehmen? Ja, oh ja. Komm, die können wir sicher noch mitnehmen. Drei Stück, die brauchen wir. Die Pressure. Ah, schade. Doch nicht. Ich muss wieder husten. Oh, da, mein. Muss schon wieder husten. Ja, was ist jetzt los? Das ist uncool. Ich muss wieder husten. Ganz dringend. Ja, warte. So. Wip. Ich muss jetzt kurz eben husten. So. Mach mal. So. Ich glaube, gleich mach ich kurz einen Schnitt. Gleich. Nach der Mission. Weil man rumpelt und pumpelt. Das heißt, wir müssen mal was essen. Das heißt, wir müssen mal was trinken. Weil da ständige Labern das... Boah. Davon krieg ich nur einen trockenen Eis. Und es ist auch nicht gut für die Stimme, wenn ich ständig nur rumrede. Ähm. Ja. So. Okay. Dann müssen wir versuchen los. Ist denn noch irgendwas? Nein. Alles klar. Droht sich da überlasten. Und... Nicht schon wieder. Ich bin schwierig in das Mikro gekommen. So. Raus. Yeah. Das müsste es gewesen sein. Geiler Typ. Ein... 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 Einfach... Nur. Ein geiler Typ. Ähm. Wirken Ihre Kapitänskabinen irgendwie leer? Kaufen Sie sich ein Haustier. Ich hab zwei, ich hab Fisch und Hamster. Wie ich. Und so eine Hund wäre eine Figur. Kommander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Start die Rakete von Typte. Aha, okay, ja, alles klar. Gut, ja stimmt, darf fliegen gleich das nächste hin, aber zuerst mache ich jetzt einen Schnitt und mache dann sofort auch schon weiter. Bis nachher.